Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, Ihr Gegenüber am Telefon zu verstehen? Sind handelsübliche Telefone zu kompliziert und unübersichtlich? Dann könnte AmpliDeck 295 die Lösung für Sie sein. Das schnurlose Telefon hat eine einstellbare Hörerlautstärke bis zu 50 Dezibel, ist hörgerätekompatibel und verfügt über eine praktische Freisprechfunktion. AmpliDeck 295 verfügt über einen integrierten Anrufbeantworter, der bis zu 15 Minuten aufnehmen kann. Sie können die hinterlegten Nachrichten bequem per Fernabfrage anhören und bei Bedarf einzelne oder alle Nachrichten löschen. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von unserem Kundenservice beraten.